So, schönen guten Morgen, letzter Handelstag der Woche. Was war das gestern für ein Tag? Auf der einen Seite die deutliche Erholungsbewegung, die wir an den US-Börsen gesehen hatten, nach den Verlusten zur Wochenmitte. Natürlich standen wieder die Aktien von GameStop, AMC und so weiter und so fort im Fokus. Und da gab es eine neue Wendung. Ich sage ja, es ist wie eine spannende Sendung momentan auf Netflix und den Twist, den erkläre ich Ihnen dann gleich und später. Jetzt schauen wir erst mal nach Frankfurt zu meinem Kollegen Patrick DeWayne. Dir einen schönen guten Morgen. Der DAX hat sich wieder gefangen. Momentan sitzt du dann nachmittags vor deinem Rechner und schaust dir den Irrsinn an, der da abgeht? Oder sagst du, nee, komm ey, ich habe es schon so wie gesehen, ist jetzt auch nur noch ein weiterer Teil. Nee, ich finde es tatsächlich, Martin, und damit guten Morgen nach Kulmach sehr spannend. Ich sitze jetzt nicht so ganz aktuell, aber man hat natürlich solche Push-Nachrichten, die man bekommt, wenn gewisse Marken gerissen werden oder nach oben durchstoßen. Das gucke ich mir schon an. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du diese App kennst, Clubhouse. Da war ich gestern mal in so einer Talkrunde, nämlich zu dem von dir angesprochenen Thema von GameStop, AMC, Nokia und wie die alle heißen, diese Blackberries dieser Welt und diesen Entwicklungen. Ich bin gespannt, was du da gleich noch uns hier bei der Aktionär berichten wirst. Was ich dir vom DAX sagen kann, ist, dass nachdem wir gestern bei 13.311 Punkten gewesen sind im Tief, dann wirklich eine Comeback-Rally gesehen haben, die den DAX sogar 0,3 Prozent hat im Plus enden lassen. Über der 13.600 Punkte, Marke, das ist erstaunlich. Aber, das sagte mir ein Händler, der DAX ist angenockt, weil, dass wir so deutlich unter dieser 50-Tage-Linie, die liegt so Pima-Daumen um die 13.500 Punkte, gestern mal zwischenzeitlich gelandet sind, war alles andere als positiv. Der Dow Jones gestern ja auch nochmal, nachdem er schon plus zwei Prozent gelegen hatte, aufgrund guter Konjunkturdaten, unter anderem die ersten Anträge auf Arbeitslosigkeit, waren etwas besser ausgefallen als erwartet, dann am Ende nur noch mit einem Plus von einem Prozent. Und heute Morgen in Japan und in Asien, da sehen wir, dass das Verbrauchervertrauen der Japaner eingebrochen ist und auch die Industrieproduktion wirkt weiter rückläufig. Und das hat dazu geführt, dass der Nikke 1,9 Prozent heute nochmal verloren hat. Auch der Shanghai Composite und der Hang Seng schwächer, wenngleich nicht ganz so stark. Und diese Volatilitäten, die wir diese Woche gesehen haben, ich glaube, die werden uns trotz beiden noch eine Weile begleiten. Denn die Bewertungsgrundlagen, die wir sehen bei den Aktien, sind sehr hoch. Auch Apple beispielsweise, die ja mit Rekordzahlen aufwarten konnten, waren gestern größter Verlierer im Dow mit dreieinhalb Prozent. Also wir sehen, die Nerven sind sehr dünn bei den Investoren hierzulande. Das kann man sicherlich so sehen. Aber jetzt, um bei Apple zu bleiben, wir hatten natürlich auch in den Vorwochen extreme Bewegungen nach oben gesehen. Wir hatten auch bei Apple, das war ja schon die Vorfreude auf die Zahlen, auf die guten Zahlen, die da kommen würden. Und am Ende doch nicht mehr vielleicht als nur Sales Effects. Eine wichtige Sache, finde ich, Martin, ist, dass diese ganzen GameStop-Sachen, dass die, die Anleger, die vor allen Dingen langfristig orientiert sind, nicht aus dem Markt rausdrängen und ihnen den Mut nehmen. Und ähnlich wie Anfang des Jahrtausends, du erinnerst dich bestimmt auch noch an den neuen Markt, Leute dann dauerhaft wieder den Finanzmärkten den Rücken kehren. Sondern, dass man das als Randerscheinung und als News auch mal ins Zentrum stellen kann. Aber grundlegend klar ist, Finanzbildung braucht man und tatsächlich eine Langfriststrategie in Sachen Anlage. Dafür sind wir ja auch hier und treten wir jeden Tag an. Naja, dann schauen wir mal, was heute noch so auf uns zukommt. Martin, auf jeden Fall einen schönen Tag nach Frankfurt. Und wir schauen uns jetzt mal an, was denn die US-Börsen so gebracht haben. Also, ich fand das gar nicht so schlecht, wenn wir überlegen, dass wir doch eine mitgekriegt hatten in den 24 Stunden davor. Und dann ging es gestern also erstmal wieder nach oben. Gute Konjunkturdaten und natürlich wirklich die richtig guten Zahlen aus dem Technologie-Segment. Es gab keinen Grund dafür, jetzt zu glauben, dass mit dem Mittwoch alles vorbei sei. Und das, was JP Morgan gesagt hatte, nämlich buy the dip, das hat sich dann tatsächlich als wahr herausgestellt, wer das gestern gemacht hat, der lag dann gleich etwas vorne. Der hatte einen schönen Herzen, Asien heute Morgen schwach. Der Kollege hat es gesagt, das Verbrauchervertrauen in Japan doch deutlich unter die Räder gekommen. Hinzu kommen Befürchtungen, Liquiditätsengpässe, die es in China geben könnte. Wobei man da sagen muss, ich will nicht sagen, es ist die Insel der Glückseligen. Aber wenn ich mir die Covid-Zahlen anschaue in der Volksrepublik und wie die damit umgegangen sind, dann ist das natürlich schon ein bisschen anderer Maßstab. Die Wirtschaft ist deutlich robuster momentan unterwegs. Wachstumsraten im vergangenen Jahr als eines, nein, als das einzige der großen Länder, die das tatsächlich erreicht haben. Also wahrscheinlich auch hier nur ein kleiner Blink. Schauen wir uns mal das Szenario an. Im Tech-Sektor seit Jahresbeginn schon wieder doch deutlich im Plus. Dreieinhalb Prozent sind es momentan für den Nasdaq. Und man muss überlegen, wir haben erst den ersten Monat hinter uns. Also es war ein wirklich guter Start. Wir haben ein prächtiges Jahr gehabt, ein prächtiges letztes Jahr gehabt. Und wir haben nochmal draufgelegt. Kann von mir aus gerne so weitergehen. Und höhere Bewertungen. Es wird momentan ganz einfach durch die hohen Zuwachsraten, die wir in den operativen Geschäften sehen, auch tatsächlich gerechtfertigt. So, jetzt schauen wir mal den Bitcoin an. Der hat sich ja gestern dann auch wieder aufgemacht. Also hier knapp über der 30.000-Dollar-Marke war erst mal fini. Ich habe ja schon gesagt, es ist eine Konsolidierungsbewegung, die wir sehen nach dem starken Anstieg in den Wochen zuvor. Und das ist genau das, was passiert ist. Also erst mal wieder ein bisschen ausatmen und dann Anlauf nehmen. Ob das jetzt von der 30.000-Dollar-Marke oder meinetwegen von der 25.000-Dollar-Marke dann ausgeht, das vermag man nicht zu sagen. Aber es ist sicherlich momentan einfach kein Grund zur Besorgnis. Was man festhalten muss, es bleibt volatil. Also gestern zeitweise wieder 8-9 Prozent, die die Kryptowährung hier zugelegt hatte. Jetzt haben wir Silber mit dabei. Und das aus einem guten Grund, weil Silber gestern im Zusammenhang mit den Reddit-Boards oder mit dem Reddit-Board dann auch genannt wurde. Hochgeschortet, vermutete Marktmanipulationen und dann haben sich genügend gefunden, die darauf angesprungen sind. Und der Silberpreis ist nach oben gelaufen. Viele Aktien aus diesem Bereich gleich mit. Das ist übrigens der Nestec 100, den ich jetzt mal im Zweitageschart mit dabei habe. Also 48 Stunden letztendlich. Wir sehen hier den Abverkauf zur Wochenmitte und dann doch die relativ starke Gegenbewegung, die wir gesehen haben, dass der Sache so ein bisschen zum Ende hin die Puste ausgegangen ist. Ja, es gibt ja eben noch Belastungsfaktoren und wir sind ja nun mal, wir leben ja in der Realität. Und die sieht aus Lockdown, die wirtschaftlichen Auswirkungen. Ich glaube, wir wissen es eben noch nicht, welche Unternehmen oder wie viele Unternehmen werden letztendlich das, wenn die ganzen Hilfspakete ausgelaufen sind, nicht mehr schaffen, nach oben zu kommen. Die lassen dann ihre Türen zu. Viele Restaurants, ja gerade Einzelhandel, Tourismus. Also da kommt noch sicherlich einiges auf uns zu. Und das ist auch immer, das sorgt immer ein bisschen dafür, dass dann die Anleger auch ein wenig zurückschrecken. Das Ganze jetzt mal wirklich auf 24, 36 Stunden komprimiert. Jetzt schauen wir uns an, wer gestern zu den Gewinnern gezählt hat. Booking Holding war mit dabei. Mercado Libre, das ist eine E-Commerce-Plattform. Wenn ich überlege, wie lange ich die schon auf dem Schirm habe und wie oft ich eigentlich gedacht habe, naja, wenn die mal zurückkommt, dann könnte man sich mal ein paar ins Depot legen. Und wie oft ich das gemacht habe, nullmal. Einer der Top-Performer über die Jahre gesehen und sicherlich eine Aktie, die man in den vergangenen 10, 15 Jahren gerne im Depot gehabt hätte. Es ist halt eben nur nicht ganz so bekannt. Gestern auf der Rückseite sehen wir tatsächlich, wir haben eine Tesla im Minus gehabt, dann mit 3%, eine Apple im Minus gehabt, mit 3%. Facebook war leicht im Minus, 2,6%. Schauen Sie sich die Zahlen an, machen Sie sich selbst Ihr Bild. GameStop, ja. Da passiert momentan so viel in so kurzer Zeit, dass man natürlich kaum hinterherkommt, um das Ganze zu beschreiben. Also gestern ging es ja los damit, dass schon in Deutschland relativ schnell am frühen Nachmittag der Handel nicht mehr völlig störungsfrei abgelaufen ist. Viele Leute sind aus ihren Positionen nicht mehr rausgekommen. Dann in den USA, Robin Hood unter anderem, hat den Handel ebenfalls limitiert. Positionen konnten noch geschlossen werden, aber es konnten keine neuen mehr eingegangen werden. Da hat sich das Management dazu geäußert, hat gesagt, Moment, wir sind ja vielen Investoren letztendlich verpflichtet und es gibt verschiedene Anforderungen an die Liquidität, die wir vorhalten müssen. Wir sind eine Clearingstelle und letztendlich, das hat alles dazu geführt, dass dann der Handel limitiert wurde. Es war natürlich ein großer Aufschrei in der Community, die dann gesagt haben, okay, aber so geht das nicht, Freunde. Und zumindest das, was ich in Deutschland gesehen hatte, es ging hier um Trade Republic, da war dann sehr schnell der Ruf nach der BaFin sehr laut geworden. Auf jeden Fall, die Aktien gestern massiv unter Druck gekommen. Zunächst, ja, zunächst massiv unter Druck gekommen, dann gab es diese trotzige Gegenbewegung doch wieder in Richtung 400 Dollar. Wir sehen das hier bis 18 Uhr hoch, runter und dann ist das Ganze so ein bisschen abgebröckelt und letztendlich die Aktie knapp unter 200 Dollar geschlossen. Wie geht es weiter? Ich sage, es ist völlig offen, es ist ja mittlerweile eher so ein Culture Clash, ja, also wir gegen die, Main Street gegen Wall Street oder Wall Street gegen Main Street, Retail Anleger gegen Short Selling Hedgefonds. Das bleibt hochspannend, muss man schauen, unterhaltsam, ja, es ist möglich. So, jetzt schauen wir, genau. Also. Ich habe übrigens gestern Abend garantiert zwei Stunden nichts anderes gemacht, als Spreads in den Boards mir durchzulesen. Wollte natürlich auch ein bisschen Motivation und wie momentan die Stimmung ist und der Hintergrund des Ganzen. Also durchaus auch ein wenig Systemkritik und viele Leute, die tatsächlich, also viele dieser Anleger, die offensichtlich nur wenige Stücke haben. Das interessiert sich also gar nicht, wie sehr der Kurs ausschlägt. Die sagen, Mensch, ich lege mir mal drei, vier, fünf Stück rein und warte mal ab, was passiert. Ich bin auf jeden Fall Teil der Bewegung. Sehr interessant dann auch noch, dass das Ganze mittlerweile offensichtlich zu einer Art globalen Phänomen kommt. Ich habe dann Einträge gelesen, wo es hieß, ey, wir kommen aus Asien übrigens auch noch dazu. Wir haben auch noch ein bisschen Geld in unseren Taschen und wir können die ganze Sache noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Aber Sie sehen natürlich, wenn Sie da normalerweise reingreifen wollten, das ist wirklich brandgefährlich und muss jeder für sich selber wissen. Bei Nokia mehr oder weniger haben wir dasselbe gesehen. Auch hier ging es dann letztlich doch deutlich nach unten, minus 20 Prozent. Wir hatten Blackberry, wir hatten AMC, die teilweise 60 Prozent im Minus waren. Und auch da auf der Handelsplattform, auf der ich unterwegs bin, letztendlich hatten die Broker vorübergehend den Handel ganz eingestellt. Dann hieß es, Positionen können nur reduziert werden. Also das, was wir da gestern aus den USA gesehen hatten, das hat sich dann tatsächlich auch durchgesetzt. Auch hier mal, um die Volatilität letztendlich nochmal zu dokumentieren. Sie sehen die grüne Kerze. Das daneben ist die rote Kerze, die im gleichen Ausmaß daneben praktisch angeflanscht ist. Man kann es nur nicht so gut erkennen, aber es sind enorme Schwankungen, denen die Aktien da momentan unterliegen. Und die natürlich dann auch ideal für Aufmerksamkeit sorgen. Überhaupt gar keine Frage. SAP, die dürften auch vor Aufmerksamkeit sorgen, weil gestern Qualtrics einen doch sehr starken Börsengang in den USA hingelegt hat. Und das sollte natürlich sich dann auch positiv auf SAP auswirken können. Wir sehen das schon. Also es waren nur ein paar Stunden um 20 Uhr. Ist es 20 Uhr? Ja. 20 Uhr unserer Zeit ging es los. Und tatsächlich die Aktie stark nachgefragt. Zuletzt ja die Bookbuilding-Spanne mehrfach letztendlich angehoben worden. Dann auf zuletzt 30 und jetzt sehen Sie 45 Dollar. Also die Nachfrage auf jeden Fall vorhanden. Infineon haben wir noch mit dazu. Genau. Infineon haben wir noch mit dazu. Auch hier sehr interessant. Das Kaufsignal. Also diese blaue Kerze ist letztendlich der Mittwoch gewesen mit dem Abverkauf. Und das Ganze hat geendet auf der 50-Tage-Linie. Und da ging es direkt wieder zurück. Erstmal natürlich die bessere Stimmung für DAX-Aktien. Klar, der DAX ist gestern gestiegen. Infineon gleich mitgegangen. Aber dann kommt auch noch die Markttechnik mit dazu. Beziehungsweise in dem Fall die Chartechnik. Und da haben viele wohl auch gesagt, naja, 50-Tage-Linie. Schön hat Triggerpunkt, um mal in die Position einzugehen. Hat gestern sehr gut funktioniert. Beim Hardax schauen wir noch mal ganz kurz drüber. Wer hat denn seit Jahresbeginn, und der liegt ja noch gar nicht so lange zurück. Wer hat denn seit Jahresbeginn hier besonders gut performt? Das ist Barter auf der einen Seite. Die auch davon profitiert haben, dass natürlich auch dort die Shortquote hoch ist. Und da ist da jetzt so, als Nebenkriegsschauplatz will ich es mal nennen, auch die Aktie hier nach oben gezogen wurde. Shop-Apotheke, klar, passt momentan wunderbar in die Zeit rein. Mit Lockdown und Covid-19 machen momentan auch sehr viel Werbung im Fernsehen. Also da steigt sicherlich der Bekanntheitsgrad. Auf der Rückseite sehen wir unter anderem Werte, die wir dort auch vermuten würden. Der Verkauf von Tickets für Konzerte läuft momentan vermutlich nicht ganz so gut. Und auch was das Passagieraufkommen an den Flughäfen betrifft, muss man wohl keine Wunderzahlen erwarten. Zumal ja auch in dem Fall es noch weitergehen könnte, die drohenden Einreisebeschränkungen aus Hochrisikogebieten. Das dürfte hier weiter so auf dem operativen Geschäft lasten. Auf dem, was übrig geblieben ist. So, jetzt schauen wir, was der Tag so für uns bereithält. Am Nachmittag dann natürlich um 14.40 Uhr mit der Opening Bell. Es bleibt also auf jeden Fall in Teilen sehr spannend. Und dann hoffen wir mal, dass wir einen positiven Wochenausklang sehen werden. Ansonsten Ihnen gute Zeit, gute Kurse.